Salzburgs Jahrhundertprojekt im öffentlichen Verkehr, die Verlängerung der Lokalbahn durch die Stadt Salzburg bis nach Hallein, bekommt ab sofort ein neues Gesicht und einen neuen Namen, S-Link. Es startet nun auch die Informationsoffensive für Anrainer und Betroffene. S-Link soll zum Ausdruck bringen, die Verbindung der verschiedenen Schienenstränge, soll aber auch zum Ausdruck bringen, die Verbindung der verschiedenen Verkehrsmittel. Also es ist für mich wirklich auf den Punkt gebracht, die Verbindung im Salzburger Zentralraum. Und das ist natürlich ein neues Design, ein neuer Name, soll ja natürlich den Aufbruch verkörpern. Wir beschreiten da komplett neue Wege jetzt in der Verkehrspolitik, Abkehr natürlich von den alten Namen Stadtregionalbahn, Regionalstadtbahn, das was man kennt als Salzburger, hin zu einem modernen und griffigeren Namen in Zukunft. Wir haben im Verkehr das große Sorgenkind in der Klimabilanz und wir haben in den Städten die große Möglichkeit, wirklich einen Unterschied zu machen, indem wir das Pendeln in den Städten, indem wir die Mobilität in den Städten einfach noch attraktiver machen für den öffentlichen Verkehr. Und dementsprechend ist der S-Link wirklich ein großer Meilenstein und ein enorm wichtiges Projekt in der Mobilitätswende, hin hin zu mehr Klimaschutz und vor allem mehr Lebensqualität für die Menschen in der Stadt, weniger Stau, bessere Luft und im Land mit guten und modernen und attraktiven Ölfis. Wir wollen jetzt dazu da, um die Aufgaben vorher zu erledigen, um die Planungen zu schaffen und die Grundvoraussetzungen mehr darzulegen. Und jetzt geht es darum, der Salzburger Bevölkerung klarzumachen, den großen Vorteil, den wir damit haben werden, wenn wir diese bauen, ist das nächste Schritt, bis wir rappeln und vielleicht irgendwann mal unterirdisch durch die Stadt durch hinbekommen, dass wir alle dann davon profitieren, denn das Verkehrsproblem im Zentralraum ist bekannt. Dieses S-Link-Konzept ist eine sehr große, gute Alternative, um eben das Verkehrsproblem und damit auch das Klimaproblem in den Griff zu bekommen. Der nächste Schritt ist in diesem Jahr die Einreichplanung bis Ende des Jahres und dann natürlich Baubeginn 2023, gepaart natürlich mit der Trassenfestlegung dann bis Ende, bis zum Süden und dann 2025 in Betriebnahme der ersten Station Mirabell. Das ist in diesem Jahr die Einreichplanung bis Ende, bis zum Süden